Hallo und jetzt kommen wir hier bei New German Reviews Heute mal wieder mit einem neuen Video, heute mal wieder mit Mad Max Und ja, es ist gerade Nacht Wir müssen hier hin und nehmen Das dicke Ding hier mit Ja, ja, geh mal weg hier So Wir müssen jetzt das schöne Auto hier Das ist ein mehr oder weniger Schöne Auto, mit seinen ganzen Buxen hier Müssen wir jetzt zurückbringen Zu dem, der es haben wollte, wo müssen wir denn hin? Wait Äh, wo muss ich es denn hinbringen? Hier muss ich es hinbringen Okay Da muss ich es hinbringen Wollen wir mal gucken, dass wir das so unbeschadet Alter, man sieht hier gar nichts Dass ich das dann mal unbeschadet Oder relativ unbeschadet Bekomme Sehe ich gar nichts, man muss echt ein bisschen Kamera So, man triggern ein bisschen Verstehlen Ich muss mal mit anderen vorbeifahren Na ja Weg Oh, ups Nein Drehen ist mal was ganz doofes dabei Wenn man verfolgt wird Gerade weil das Teile glaube ich auch nicht So wirklich schnell ist Drehen ist jetzt gerade echt scheiße Nein, geh weg Nein, geh da von mir weg Au Au Nein Holy shit Okay, ich glaube ich werde das auch nicht hinbringen Oh fuck Come on Nein Weg von mir Weg Jetzt setzen die Flammen ein Ich glaube es hackt hier Ich glaube sie haben es nicht mehr richtig Oh alter Das ist auch so scheiße zu Handeln Ich habe denen eine mitgegeben Nein Ja Weißt du was Dann starten wir eben aus Ich gebe die Öllands Mission nicht auf Ich will nur, dass die Ärsche aus ihren Aufs rauskommen Zum Beispiel der hier Na Mein Lieber Ich blunder nicht mal eben Sobald er hier gleich noch vorbeifährt Schieße ich ihm eben seinen Blöden Tank da vom Auto Scheiße, ich habe es nicht ganz geschafft Nein, den Tank, den Tank Da Bam Okay Okay, der steigt auch aus Jetzt müssten die anderen eigentlich auch aussteigen Ich will hoffen, der steigt echt auch Ja, der steigt aus Nice So Und Zack Du Arsch So Und jetzt davon noch einer Den mei auch mal weg Also Guten Tag Und weg Zack Ich will jetzt wieder schnell zu meinem Auto gehen Was halt sehr, sehr stark kaputt war Kann ich das irgendwie reparieren? Habe ich noch genug Schrott? Schnell Reparatur Nicht genug Schrott Ja, war klar Boah Das Auto ist so kaputt Wenn jetzt nochmal welche wiederkommen Dann habe ich schon wieder verkackt Habe ich es schon wieder Nicht geschafft Immer diese Transportmission War noch nie mein Favorite Fand ich schon immer nicht so geil Come on Das schaffen wir eigentlich Wenn gleich immer noch Nacht ist Dann machen wir wieder andere Mission auch gleich direkt mit Das habe ich aber wirklich erst relativ spät bemerkt Dass jetzt auch immer Nacht ist Okay, so Ah Das war knapp Jetzt brauchen wir 40 Schrott Ich könnte das Auto reparieren gleich Wenn ich es bräuchte Ich glaube aber auch nicht, dass ich es brauche Weil ich gleich schon da bin Ich werde mir gleich den Arsch beißen Wenn ich es Äh Ganz kaputt ist Ja und da spielt jemand gerade wieder was Super Oh egal Ist mir gerade egal Boah, ich werde jetzt nichts zensieren Ah ja, sind sie mal gemacht oder ist mir jetzt Schön, dass ihr jetzt noch was spielt Nein Das tust du jetzt nicht Du schießt mich nicht mit irgendeinem Scheiß ab Wow Nicht so kurz vorm Ende, bitte Okay, ich bin da Nichts kann ich mehr aufhalten Da war meine Mission Crow ohne Death Ich habe den Crowcaller Und die Lautsprecher Die der Outcryer Wollte gefunden Okay, ein neues Auto Und jetzt Reise ich nochmal ganz schnell da hin Und tue mir da mein Äh Und tue mir da noch eben das Ding Das Bisschen heulen um anzusteigen Ja Gehe ich da mal schnell hin Und wenn nacht ist Dann nutze ich es auch gleich aus Runter Ja, muss ich auch mal nur hier hoch fahren Ja Easy ausgestiegen So muss das sein So Fänglos Das muss ich ihn sehen Okay Vielleicht muss ich genau das sehen Wo er gesagt hat Ja Das muss ich ihn sehen So Gut, dass ich auch vernünftig runterkomme Im Drain Nein, Gas geben So, gib ihm Nein Nein Was kommen noch mehr Leute hin Was wollt ihr denn alle von mir Was, ich fahre hier ganz normal mit meinem Auto lang Die wollen mich hier gleich überfallen Das sind welche, du Ich habe wieder einen Abgang gemacht, super Ich weiß noch nicht mehr, was genau die Mission war Okay, komme ich hier noch nicht lang her Okay, straight da durchzufahren durch diese Dinger geht nicht Habe ich gemerkt Sollte ich auch nicht mehr ausprobieren Nice Da muss ich jetzt ihm Gas geben, komm Da muss ich ihm Gas geben, weil der Typ mich abgeworfen hat mit so einem scheiß Feuerding So Da rief mich noch einer ab Ich gehe mal einen Gas geben So Und dann sind wir auch schon da Da muss ich hier rein, ne Kann ich das eng kaputt machen Ja Sieht so aus Das dürfte jetzt eigentlich kaputt sein Ach du Scheiße Das schlagen sie gegenseitig Den kaputt schlagen Nein Oh ne Ich wollte eigentlich nicht, dass du die Wache behältst Ich kann nicht mehr im So schlagen, weil du sowieso Äh, weil ich im Woom-Modus bin So Jetzt bist du weg Mach ich den nochmal kaputt Komm jetzt bist du dran So So soll's da laufen Würde ich mal sagen So Mitnehmen Immer schön Schrott mitnehmen hier Schrott ist das A und O in diesem Spiel So Davon komme ich bestimmt nicht mehr durch Deswegen gehe ich jetzt eben hier lang Hier nochmal ein paar Munitionen mit Oder Schrott Ein paar Munitionen Ein bisschen Munition Nicht ein paar Ein paar Stücke Munition Hier wohl Bestimmt keine Explosion Hoff ich mal Ja Okay Okay die 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 Was muss ich jetzt kaputt machen Oh Den Die Beide Guten Tag Guten Tag Okay stark sind die jetzt nicht Die Ich meine mit dem Ding zerstören Wo ich aus dem Wut muss Raus bin Super Okay Der hat die mitgenommen Das finde ich gut Und Und Zu Flirweg sein Nein So Nehmen wir Das Ding hier Alter Du Arsch Das kann ich auch Was du kannst Hier bin ich nur auf dem Nerven Deswegen Bam Au Ey Ey Yo 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 Oh Ganz ruhig bleiben hier Bitte Jetzt aber hier Haben wir ein Messer Ey So Ich hätte den jetzt gerade nochmal mit dem Messer Bestrafen können Ja da kann ich doch nichts machen Wenn ich gerade am Kampf Kämpfen bin Ich versuche mal eben Ein bisschen Land zu gewinnen Ich muss mal einen Kuppel schlagen Bist du mal eben dran Nein So Vielleicht nutze ich den Fumos gerade nicht perfekt aus Ich weiß Aber No Charge auf mich zu Gut Dann was trinken Weil ich auch so viel zu trinken habe Dann mit dem Messer Zack Au Meine Güte Warum sind hier so viele Mitkämpfer Voll unnötig eigentlich Das muss nicht unbedingt sein Zack Weg mit dir Jetzt bist du dran Und Auf ihn Könnt ihr jetzt erstmal ein bisschen Malzertieren So Jetzt mal schön mit dem Messer drauf gleich Au Warum Warum dreht sich denn immer Meine Güte Arsch Arsch ey So 52 Alter 52 Schrott ist viel Viel Schrotpatronen Hätte Hatte Halt gut genutzt Gut genutzt Mache ich meinem Tier Und Sam Obwohl ich eigentlich nur die Beute aufwählen wollte Reste sie alle Der Typ ist tot und die Zündflamme wurde gefunden Vielleicht kann deep fryer ja nun wieder ans Grotus Niedergang mit wirken Und hier aufnehmen Zack 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 Die vorne nochmal eben Kann ich hier einfach mal eben sammeln Und Schaden zu kriegen Sieht so aus 22 Schrott Hier nochmal eben das Aufbrechen Und Schrott Hier wird noch das letzte drin sein Und Schrott Zack 100 Prozent Finde ich gut Kann jemandem das Feuer anlassen Das wäre mir egal Ja Das sind ja Leute Glatte Nur hier muss ich das eben ausmachen Weil sonst komme ich hier nicht mehr raus Zack Ausgemacht So Dann würde ich sagen Was ist von mir für heute Ah ok Ne Noch nicht Noch nicht Jagt mich noch Jagt mich noch eben kurz Möchte nochmal eben gucken Ob ich da irgendwas verbessern kann Ich kann an mir noch was verbessern Mit meinem Auto Hier nicht Das war jetzt nur eine Vermutung Kann vielleicht Ja Räder Ich kann das Fahrverhalten verbessern Hier auch nochmal Keine bessere Ob ich jetzt einen besseren Boost brauche Weiß ich nicht Fällen Eigentlich ganz wichtig Da hätte ich voll Bock drauf Seitenflammen Wird rum Beseitig Region Ok Ok Donnerdings Benutze ich nie Den kann ich noch nicht machen Benutze ich auch nie Würde ich sagen Ich Verbessere mal Erstmal Max 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 Mir jetzt eben wichtiger Vorher das Auto mache Zack Kann ich hier nochmal was machen Zack Hier Nein Schotflint kann ich glaube ich auch nicht verbessern Nein Sandkönig So Nein Ok Ich kann jetzt sowieso nichts mehr machen Da ist jetzt alles zu spät Weil 300 glaube ich 600 brauche ich glaube ich dafür Tier 300 Ja Ok Dann wäre es das auf jeden Fall jetzt für mich Für mir Von mir Was Egal Wenn es dir gefallen hat Darum hochgeben und so weiter und so fort Haut rein Bis zum nächsten Mal Und tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal